Musik Myxin der Magier kam aus dem versunkenen Kontinent Atlantis. Als John Sinclair ihn aus seinem jahrtausendelangen Schlaf erweckte, war er ein grausamer Dämon. Langsam hatte er sich dann gewandelt und dem Guten zugewandt. Jetzt kämpfte er an Johns Seite. Asmodina, die Teufelstochter, hatte ihn deshalb seiner magischen Kräfte beraubt. Myxin wusste, Atlantis war nicht völlig untergegangen, Teile davon gab es noch. Wenn er den Zugang dazu fand, konnte er seine magischen Kräfte zurückgewinnen, falls Asmodina ihm nicht zuvor kam. Lange hatte er gesucht. Jetzt stand er vor einem der verborgenen Zugänge zu Atlantis. Er zitterte vor innerer Erregung, als er den alten Zauberspruch ablas, der neben dem Tor in Stein gemeißelt war. Öffne dich. Tor zur Atlantis. Tor zur Städte meiner Herkunft. Öffne dich. Der Felsen öffnet sich. Noch wenige Minuten. Und Asmodina hat ihre Macht über mich verloren. Für immer. Der Bote der Götter auf einer gläsernen Bahre. Er schläft. Wie ich. Seit Jahrtausenden. Ich werde ihn erwecken. Er muss mir beistehen. Aber er stand damals auf der Seite des Huken. Wir waren Feinde. Damals. Aber wo er ist, muss auch Kara sein. Die schöne Tochter des Propheten von Atlantis. Wir sind da. Mixin. Asmodinas Todesengel. Wen hast du erwartet? Was wollt ihr? Dich. Mich? Wozu? Um dich zu bestrafen. Bestrafen? Du wirst sterben. Wer will mich töten? Wir. Baratokatu. Dein Bandspruch aus Atlantis wirkt bei uns nicht. Komm. Mach'n Geschluss mit ihm. Lass mich los. Mach'n Boden mit ihm. Leg' ihm magische Fesseln an. Wie töten wir ihn? Hier. Mit dem Schwert. Gut. Tod dem Magier. Tod dem Verräter. Was war das? Der Mann auf der Barbe wacht auf. Wer ist der Mann, Mixin? Haro. Aus Atlantis? Ja. Ist er ein Freund von dir? Er war der Bote unserer Propheten. Unserer? Du hast doch damals noch auf unserer Seite gestanden, Verräter. Die Zeiten ändern sich. Also ist er ein Feind Asmordinas. Wir töten ihn auch. Er hat euch doch nichts getan. Du weißt doch. Deine Freunde sind unsere Feinde. Haro, setz dich auf. Soll ich ihn jetzt töten? Wer... Wer seid ihr? Ich bin Mixin. Mixin? 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 Mixin?